jo leute mein paket ist heute angekommen und ja ja ich tue es jetzt erstmal auspacken ja entschuldigung ich bin ein bisschen erkältet und so aber ja wird schon gehen und ja in den folgenden tagen wird jetzt auch noch videos von die stacking folgen und ja was ist denn das in papierrolle eingewickelt da ist mehr schauen was da drin steht rechnung es hat 1290 gekostet also dass ein becher drin und vier würfel also casino würfel mit 29 millimeter kantenlänge ich muss noch mal in der verpackung drin alles unnötige sachen er ist schon so wo sind die würfel ist jetzt hier noch ein becher ach so ja die sind ändern drin noch mal den scheiß papier aus ja das ist schon der becher und die würfel cooler becher im blau und die würfel sind auch im blau ja wie gesagt 29 millimeter kantenlänge glaube ich jetzt ich bin mir nicht sicher also ja vier stück auch im blau und die passt relativ gut zusammen finde ich ja das taugt auf jeden fall also bis zum nächsten mal